Ja, ich habe auch übrigens vor, mal eine Nachtaufnahme zu machen und darum werde ich jetzt hier mal so ein bisschen testen, ob die Qualität ausreichend ist, ob das Licht ausreichend ist, ob der Ton gut ist. Und wenn nämlich alles funktioniert, werde ich euch da mal mitnehmen auf eine Abendrunde durch die City Marzahn-Hellersdorf. In der Wuhle ist zu dunkel und wenn, dann wird es nur halt hier gehen, wo wir noch ein bisschen Straßenbeleuchtung haben. Weil sonst wäre nämlich alles schwarz im Video und dann macht es ja auch keinen Spaß zu gucken. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, jetzt sind wir hier in Kaulsdorf Nord. Am Spree Center. Links von uns ist da hinten versteckt die U-Bahn-Station Kaulsdorf Nord. Und hier direkt rechts ist das Spree Center. Ja, da vorne rechts der Dönermann ist auch ganz lecker. Aber nicht mein Lieblingsdünner Mann. Mal gucken, ob wir noch die grüne Welle kriegen hier. Eieieiei, hier liegt überall Glas. Scheiße ey, Mann. Ja, das hasse ich immer ey. Die Leute immer, meistens immer in Bushaltestellen, ein Glas-Scherben sind. Ja, wettertechnisch oder temperaturtechnisch bin ich auch irgendwie auf Kriegsfuß mit dem Wetter. Weil es sollen angeblich so um die 10 Grad sein. Ich fahre aber noch gerade hier mit leichten Handschuhen durch die Gegend. Und habe auch noch meine Haube unterm Helm an. Weil das ist mir einfach noch zu kalt. Auch wenn es angeblich 10 Grad sind. Also der Wind ist irgendwie kälter. Ich weiß es nicht. Ja, das ist natürlich schön. Fahrradweg darfst du natürlich hier weiterfahren. Eieieiei. Abwohl, warte mal. Dann machen wir doch mal hier den Dreher. Wollte ich euch was anderes zeigen. Öpa. Nicht nachmachen. Dienst nur zu den Demonstrationszwecken. Wie man so schön sagt. Dann fahre ich hier auf die Seitenstraße. Auch wenn sie mal weniger beleuchtet ist. Aber ich will mal ein bisschen testen, wie das im Video rüberkommt. So. Da vorne ist jetzt mein Haus und Hof Netto. Wo ich immer einkaufen gehe. Wo die kleinen Preise wohnen. Die gehe ich da immer besuchen. Bei einem Haus und Hof Netto. Hallo. Hallo kleine Preise. Ja, die waren traurig, dass ich heute nicht vorbeigefahren bin. Und fremdgegangen bin zum Rewe. Da sind sie noch bestimmt aggro. Ja, und hier geradeaus ist mein Haus und Hof Dönermann. Der Ei-Kebab. Wo ich immer ein lecker Fazzi-Fazzi mache. So. Ich war schon gerade am überlegen, ob ich mir eine Dönerbox hole. Aber ich finde immer doof mit Karte zu zahlen. Könnte ich. Ja. Aber 6 Euro und mit Karte? Ich weiß nicht. Also bei mir muss das immer so schon über 20 sein. Obwohl ich gerade die Gönnergy auch mit Karte gezahlt habe, weil ich kein Kleingeld mehr hatte. Aber das war mir dann in dem Fall auch egal. So. Was macht der da? Lustiges Parken in zweiter Reihe. Mitten auf der Straße. Junge, Junge, Junge. Ja, und jetzt fängt es an, Gas zu geben oder was? Idiot. Ja, Berliner Verkehr nachts ist natürlich sehr, sehr extrem. Manche Autofahrer sind vorsichtig. Der andere ist halt scheißegal. So. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns bei der nächsten Nachttour. Dann wird doch mal ein ganzes Video draus. Bis dann. Ciao. Ciao.